Ich schwöre, Racke, dem Haus Silvesters Grafen Schroffenstein. Nicht wahr, das Mädchen dessen Schleier hier ist Agnes nicht, nicht Agnes Schroffenstein. Höslein! Dieser Jüngling ist heimlich nun herangeschlichen. Hubert's jüngster Sohn ist wirklich von deinen Leuten erschlagen. Von meinen Leuten? Ja. Viel zu vertrauen. Otto K. und Agnes. Fast kein Mindestsänger könnte etwas besseres ersinnen, als eine Heirat. Du bist ein Mann. Er will nach meinem Haupte greifen. Nun, so greife ich schnell nach seinem. Greta, die kommen! Wäre es möglich? Nein. Das wäre ja für einen Teufel fast zu ursaut.